So, dann natschen wir hier mal rein. Oh, Wunnenhelm. Den kriegt er dann... Hm, strange. Hier ist Reif. Äh, gut. Oh, da wollte ich gar nicht rein. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh, näher. Na gut, doch nicht. Das Minderings hat sich geändert. Das Licht rauskriegen. Oh, komm her. Verprügel dich. Ich glaube, ich könnte Katas sogar besiegen mittlerweile. Oh, das ist ein Schuss. Komm, komm, komm. Das ist nicht so gut. ready? Ich habe die Kugelung. Ich bin der Kugelung. Ich bin der Kugelung. Und sonst kann der Beste ersetzt, dass es er jetzt hat. Sie hat noch einen. KP-Verteidigung, ne. Stärkeintent. Gut. Hmm. 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 So... Oh, mein Noggle für Stevie immer. Ren, Kratos, Kompai Miamit, Prisea, Kompai Miamit. Nicht für Sangelzeugen, Kampfort zu bereiten, ja genau. Schöne Hand. Das ist schlecht für alle, alles klar. So, kann ich mich heilen? Gibt's ja auch noch einen Shop? Ne, ne? Noa, heilen. Ach doch, hier. Ah, Mischgel, Wundergel. Aber Waffen oder sowas gibt's hier ja eh nicht, ne? Ach so, kann aber noch ein paar Mal Geschauen kaufen. Kann auch nicht, wie viel ich noch brauche. Aber lieber ein paar mehr mitnehmen. Ach so. Alles klar. Äh, hui. Okay. Chosin one! Chocolat! Don't move! So, you're the... The house body's made of Brinkford when they heard you were here. You'll pay for this. Hm. 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 So, you like kicking people around, huh? Well, now it's Payback time. Another battle. Die Hexer muss jetzt erst das Ruckus zu tun, damit er hier keinen Spell macht, damit es mir nicht auf den Sack geht. Und sie ist weg. So, jetzt müssen wir noch die da wegnetzen. Und sie ist weg. Kann ich nochmal zurück? Ja, kann ich. Ich nämlich nochmal ganz kurz hier oben noch gucken wollte, was hier noch ist. Au. Ja, alles gut. Ob ich hier noch irgendwas kriegen kann. Aha. Ich wusste es. Neues Chakram. Neues Schwert wahrscheinlich. Und nochmal neue Klingen für Lloyd. Okay, ist das jetzt für die, die nicht dabei sind? Aha, Motorrad draußen, Alter, Gosch. Grundstab. Und Himmelsschwert. Nein, ich hänge fest! Ah! Was ist da? Mhm. So, jetzt lass ihn noch palt. Lass ihn da noch weg. Die klingen sehen echt meistens aus. So, Item ist runenstab. Das Himmelsschwert geht, wenn dann sowieso, an Zellers. Kann man mal kurz heilen. Ah, da, jetzt. Danke. So. Ob hier noch irgendwas abzugreifen ist. Hier nicht. Hier ist nur noch die Tür. Die Tür. Gut, darum geht's auch nichts mehr. Das wäre easy. Runenrover. Oh, nein. Opa na So Huch Innen hier Akashin, Ruhempanzer Für ihn Und tschüss Auf der anderen Seite gibt's Oh, honey, honey Gut, hier gibt's jetzt keine Kassel Von daher ist es egal 1400 Grad im Ausgang nach der Holy Moly Schreibt doch nicht so Ich mag den Stab, der dreht sich Ich guck erstmal, wo ich lang muss Und wo ich alternativ lang gehen kann Hier kann ich ein Speichersiegel brechen Ach, verdammt Angriff gedotscht, indem ich einfach über ihn drüber geflogen bin Sehr gut Nein Oh Gehen wir nicht um den Keks, jetzt stirb Mischgehe Und ein Speicherküster Ja, sehr gut Oh, Donneraxt Hoppala Dann kann ich damit bestimmt nach oben Aber das will ich noch gar nicht Ah, nervt mich So So, weg Do not bother us So Holy Moly Ist so witzig Wo warp ich mich hin, wenn ich hier warpe? Das ist jetzt die Frage Will ich das wirklich? Ah, ich hab's geahnt Ich hätte das nicht tun sollen Hm Ich hab's geahnt 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 Ich weiß ihn. Wer bist du? An dieser Zeit wird diese Operation kompromisiert. Ich weiß! Du wirst mich nicht überraschen. Infeiore Menschen verdienen zu sterben. Da! Bereit? Airblade! Bereit? What the heck? Es geht da hinten ab, bitte. Holy shit! Ich habe tatsächlich nicht einfach zu viel auf die Fassung gefasst, glaube ich, vorher. Danke! Bring back his sword from Furgatory! Sonic Swordland! Photon! Beast! Bereit? Resurrection! Resolution! Rising Falcon! Take! Sonic Swordland! Don't overdo it! Healing Circle! Take! Take! Don't overdo it! First day! Don't overdo it! Highzone way! Healing Circle! Take! Take! Hm... Don't overdo it! First day! Rising Falcon! In die falsche Richtung erstmal. Ist ja auch klug. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen... Äh... Das Ding ist so wie platz-Tor eben. Ready? Healing Circle! Das andere Ding ist auch da. Äh... Magisches Auge... Noch noch das Ding... 5.000... Das kann so viel noch weiter. Komm schon, Leute! Ready? Don't overdo it! Aua! homework! Ach, jetzt reicht's mir, Alter! Yay! Hey fucking... So, jetzt habe ich es erwischt. Hast du viele Iserthuslime? Take! Hey pe�! ikes... TakeY! schon Wir lassen Reyn in Ruhe. Haben wir uns verstanden? Das ist ein Problem. Um das zu schützen. Die Worte. Die Worte. Die Worte. Die Worte. Die Worte. Ich bin der Worte. Das ist das. Die Worte. Die Worte. Das ist ein Worte. Holy shit! Und dann level up. Minus 4, komm mal noch was. Aua. Und tschüss. Forcystis ist auch besiegt. Das möchte ich aber eigentlich noch gar nicht leute. Die Schmerzen sind sicherlich. Schmerzen, magisch, sogar die Maschinen. Ich habe ein bisschen länger als viele Menschen leben. Lied länger? Also bist du ein halbierer, auch? Aber dann wieder, er dich zu sagen hat. Fokus auf was ist wichtig. Wir müssen den großen Baum zu verhören. Ja. So, hier gibt es nichts mehr zu tun. Was ist, dass es besiegt? Ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen den ganzen Shit angucken, was hier noch so läuft. Hoffe ich mal, dass das noch geht. Achso, das ist jetzt alles abgeschaltet. Das ist sehr gut. Nur die Viecher sind nicht abgeschaltet. Speicheln wir mal kurz. Dann gehe ich hier noch hoch. Oh, nervt nicht. Geh mir aus dem Weg. So. Nullify? So, sieht das aus. So, was gibt es hier unten noch? Zwei Truhen gibt es hier unten noch. Ein Runengewand nochmal und eine Runenreihe. Nope. Nope. Da hat er mal einen Feenring. Oha. Great. Ausrüstung. Und den anderen Ring bekommt dann China. Oder anders. Oder anders. Müssen wir uns mal überlegen. Ob ich das am klügsten mache. So. Guck mal, was da oben ist. Außer Gegnern. Ach, läuft. Okay. Gut. Das läuft also einmal im Kreis. Das ist ja interessant. Okay. Dann heilen wir uns nochmal. Aber warum konnte ich denn nicht rauslaufen? Äh, nervig. So, jetzt war die noch kalt. Und dann geht's weiter. Noch zwei Level-ups. So. So. Lloyd! I'm so glad you're sick. Yeah. All we need to do now is contact Sheena and... You will do no such thing. No. I am one of the five Grand Cardinals. I won't die so easily. I'm taking all of you inferior beings with me. So, this is how the great Desaion hero for Seestism meets his end. I'm disappointed. I see. I get it now. I wondered how a mere human could exude the smell of manor. You're Kratos. Whatever. Lord Yggdrasil trusted you. Yet in the end you betray us. This is why humans can never be trusted. Ah! No! You bastard! Und das war's. Lord Yggdrasil. Glory to the new age of half-elfs. Colette, are you okay? What's that? No! Don't look! Don't look at me! Lloyd, send a message. Quickly. But Colette... The Chosen won't die yet. But if you don't hurry, this world will. Now do it. All right. And now do it. Das ist ein Signal. Disziplin von Everlasting. Hammer von Gottlieb Thunder. Serviz von Mother Earth. Serviz von Dark Abyss. Ich versuche dich. Geh dich vor mir und verleuchte deine Macht. Okay, Leute, ich bin auf dich. Hm. das hat also funktioniert you mustn't get up what was that cry martel i would assume the out of control great seed is martel herself i wonder the great seed is once again bound in the holy ground of carlon for that i owe you my gratitude thank you it seems that you have managed to save the great seed as well as this world if the great seed is intact then i presume martel who's fused with it is safe as well i'm sure that's good news for you i wish i could say the same for me colette it looks like things have settled down it's gross isn't it it's disgusting isn't it it's 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 not at all stay away don't look at me colette it's okay she just fainted let's take her back to the village to isalia but lloyd and i were banished colette's home is in isalia besides we can't just leave behind the people who were held at the ranch all right let's go to asalia and i'll notify sheena to meet you at asalia farewell for now i see so the angels of crucius were really half elves please don't tell anyone about this we don't want to start a panic i don't want to start a panic indeed especially now that the tower of salvation is gone or maybe it is of little consequence no it's not it's a tremendous shock to the people of silverhunt after a giant earthquake sunders the land the symbol of salvation vanishes the chosen will be held responsible why lots of other chosen have failed up till now too the others have paid for their failure with their lives but colette is still alive when people are suffering they feel the need to place the blame on someone it is not fair to colette i'm gonna go see what's going on in the village i'll go to let's all go together then sounds like it's a bit sketchy for you to be walking around by yourself i'll stay here go on tetheriala complete erfolg freigeschaltet and these leichtgläubigen menschen hmm 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 Das ist doch das Zalade, ne? Naja. Das alte Zeug kaufen. Und erst mal in der Schule untergebracht, aber die Designs werden das merken. Die Designs gibt es ja eigentlich gar nicht mehr großartig. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr großartig. Das ist ja noch gar nicht mehr großartig. Hm. hm hm ahhh hm 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 Nein, ich wandte nicht. hm 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 Hmm Hm. 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 Ja, Schokoladig. Hm. 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 Es ist tot, die Beschränkungen für das Dirt sind aufgehoben. Wir nehmen die Asservierter, ihre Gefährten und die Leute von der Farbe auf. Und Sie, Bürgermeister, halten sich da gefälligst draus. Hm. 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 So, Rain ist doch bestimmt hinten beim Haus, oder? Ich weiß auch, nein, nichts. Nein, nein, vergiss das. Oh, okay. Hm. 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 Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. So, okay, jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Colette. Äh. Äh. Der ist wirklich für keinen Gurt. Das Rungewand. Hm. Wo ist er? Und Schild. Mit Schwert. Akashin. Ähm. Das ist so ein Schadgang. Das kann ich ihr noch nicht geben, weil... Sie ist ja grad nicht da. So. So, und das darf ich dich akzeptieren, Genius. So. Bis zum nächsten Mal. Machen nämlich jetzt hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal.